Untertitelung des ZDF, 2020 Doch lasst euch eines gesagt sein, das Leben ist wie eine Bühne, doch... Verzeihung. Schönen Tag noch. Das Leben, die Bühne... Jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Hallo? Hallo? Abt, habt ihr... Ja, setz dich. Ich komme weg. Was darf es sein? Ähm... Einen Negerkuss. Bitte. Kaffee. Einen Kaffee. Einen Kaffee. Schwarz, oder? Ja. Ja. Gut. Mach ich. Ähm... Ich heiße Bobby. Ich heiße Linda. Freut mich. Ich bin sozusagen der neue Nachbar. Ich bin... ... da drüben. Du bist gerade hergezogen? Ja. Ja. Ich habe ihn still an der Drückerei, deswegen... Willkommen. Hey, Linda! Was macht der Neger hier? Äh... Kaffee trinken. Hallo. Bobby. Sofort raus. Du bist doch nur hier, um zu stehlen. Leute wie du... vergauen wir noch die ganze Kundschaft. Also... Schäd' dich davon. Bitte. Schäd' dich gefäll' ich's dort hin, wo du hergekommen willst! Du bist Linda. Nein, das ist nicht! Nein, ich habe nicht getan! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Papi! Linda! Ich wollte kurz mit dir reden. Wegen heute Morgen. Ich wollte mich noch entschuldigen für heute Morgen. Das fand ich nicht okay. Nein, es ist schon in Ordnung. Ich fand es bloß schade, dass ich keinen Kaffee mehr bekommen habe. Also, wenn du jetzt noch einen Kaffee möchtest, weil manchmal da hat das Kaffee auch nachts geöffnet. Heute zum Beispiel. Rein zufällig. Also, ich hätte schon Lust auf eine Kaffeetasse. Mach ich dir. mit deaths, die Zeit gefht. Mann. Hör, Hör! Hör, Hör! Hör, Hör, Hör! Hör, Hör! Hör, Hör! Hör, Hör! Hör, Hör! Boah! Oh, Entschuldigung! Aber der ist wirklich so schwarz, wie du gesagt hattest! Hör, Hör! Hör, Hör! Aber bezahlen musst du den trotzdem! Hier mit! Hör, Hör! Hast du im Café liegen lassen? Danke! Sag mal! Was ist denn hier los? Du machst ihn hier draußen Kaffee! Hey, Linda! Das hatten wir doch besprochen! Bedeutet dir das alles etwa nichts? Als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten! Das ist doch ein bisschen wie ein bisschen. Hör, Hör! Ich bin da Komm bitte wieder mit rein Morgenausgabe! Morgenausgabe! Die Pieter Zoffen Entschuldigen Sie, ich bin von der Zeitung Ja, vielen Dank Danke Schönen Tag Ihnen noch Entschuldigen Sie, wollen Sie vielleicht eine Zeitung? Nein, danke, guten Morgen Vielen Dank Morgenausgabe! Morgenausgabe! Die Pieter zerobern die Welt! Ich habe hier im Bankhaus die fälligen Raten immer pünktlich gezahlt Die letzten Monate ging das leider nicht Die waren besonders schwierig Sie wissen doch, seitdem meine Frauen sind gestern Da haben wir mit einigen zu kämpfen Meine Tochter und ich Tja, Herr Beck Werden Verständnis Aber wir werden das Caféhaus übermorgen zur Zwangsversteigerung aufschreiben Und bis dahin müssen Sie hier raus sein Das ist mein letztes Wort Bitte tun Sie das nicht Sie wissen doch, wie sehr mal das Café am Herzen liegt Meine Tochter und ich müssen doch von irgendwas leben Ich bitte Sie, Herr Beck Sie werfen uns auf die Straße Sie ist dort noch ein kleines Mädchen Ich hoffe Ich hoffe Und da, Herr Beck Scheiße, ich bin auch api Musik Habe ich dich erwischt? So wie ich es gesagt habe Du bist ein Dieb Bitte glauben Sie mir Ich wollte Sie nicht bestellen Holen Sie bitte nicht die Polizei Vorsicht Herr Beck bitte Hallo Im Café Beck ist ein Neger eingebrochen Ja Und ich habe ihn auf frischer Tat getappt Herr Beck das war ein Missverständnis Hallo Hallo Hier drüben Kommen Sie schnell Erstes Fenster Kommen Sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020